Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, dem epischen Ladebildschirm, der ich eigentlich gedacht habe, letztendlich, eine hochgeheime Mission, ja, Adrenalinschub, juhu, okay, was können wir sonst noch hier in der Stadt machen? Ich glaube nicht mehr, ich fehl dir noch was zu sagen, Li hat mir erzählt, was passiert ist, Sasuke mag ja ein früherer Teamgefährte von dir sein, aber wage ja nicht, ihn zu schützen, hast du mich verstanden? Hm, naja, wir werden uns wohl gleich zur Mission aufmachen, ich glaube hier im Dorf gibt es als recht wenig zu tun, außer mit den Leuten zu reden, hopp, 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 dieser übertriebene Sprung, na gut, so. Wir müssen Ryo sammeln, why not, können wir uns ein paar Ninja Supplies besorgen, also wir sollten uns beim Dorf dort treffen, dann mache ich mich lieber auf den Weg, ja, bam, hab ich schon wieder den Fehler gemacht, na gut, what soll's, äh, ach, ein 10% Rabattgutschein. Hab, hallo, hallo, was sollen wir kaufen, ähm, billige Wunschhalber, ja, wir benutzen sowieso nie Held, na, das passt erstmal, brauchen wir erstmal nicht zu holen, wir machen uns gleich auf in die nächste Mission, Ich hab Lust zu bekämpfen und eine epische Story erzählt zu bekommen, da, na, 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 so, 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 und da hast du was versteckt, und, hallo, hä, nur du allein, Sensei Guy? Ach, das ist schon vertont. Okay, ich fang ruhig. Äh, ich bin bereit. Ich bin bereit, jederzeit. Das ist mein Teamwork. Ja, ultimatives Team-Jutsu habe ich glaube ich im Let's Play noch nicht hinbekommen. Ich hoffe, ich kann es euch mal noch zeigen. Das ist echt cool. Ich bin bereit. Gut. Dann, wir beginnen. Ja. Und... Was? 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 Hä? Gmogakure. Ja, das ist heftig. Kein Problem für Naruto. Machen wir doch glatt. Oh je. Okay. Dann mal los in den Kampf gegen Gai-Sensei. Ha, ein schöner Aufwärmenkampf. Für eine kleine Aufnahmepause. Ah, Metall öffnen. Ich glaube aber nicht, dass wir noch ein viel enden. Ah doch, haben wir noch genug. Tausch brauchen wir nicht. Was ist das? Ein bisschen zum Chakra des Gegners. Ah ja, das kann man gut benutzen. Okay, dann haben wir alles. Ich bin bereit. Und wieder ein schöner Kampfbildschirm. Ja, Naruto vs. Gai-Sensei. Los geht's, los geht's. Ich will Kämpfe an. Angriff mit 25 Treffern in Folge. Okay. Na gut. Dann mal los. Bam, 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 bam. Oh, das ist... Das ist daneben. Ach, volle Kanne daneben. Aua. Yeah. Rasengan. Bam, 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 bam. Yeah. Und nochmal Rasengan. Gai-Sensei ist zu einem Erwacht-Modus. Oder Inner-Gate-Modus. Wie auch immer. Wow. What the fuck? What the fuck? Hör auf damit. Au. Ich kann gar nicht ausweichen. Ah. Geh kaputt. Geh kaputt. Ja. Okay, ich kann mal was anderes sagen, als noch geh kaputt im Kampf. Hahaha. Gai-Sensei. Abgeschlossen. Leider kein Bonus. Aber dafür ein B. Naja. Okay. Ein paar Punkte verdient. Und weiter geht's. Mehr Story, mehr Story. Yeah, yeah. Okay. Was kommt als nächstes? Das ist jetzt... Ah, jetzt beginnt... Im Anime wird das jetzt ein ewig langer Filler-Part. Wenn ich mich richtig erinnere... Wenn ich mich richtig erinnere... Hier werden die Filler ja weg sein. Das heißt, ich bin gespannt, was alles reinkommt. Ah, das war die richtige Einstellung. Das ist die richtige Einstellung. Ah, das war die richtige Einstellung. Ach, das war das jetzt... Also nicht so. Das war die Filler-Partner-Filler-Filler-Filler. Das war die Filler-Filler-Filler-Filler-Filler-Filler-Filler. Es ist keine Angst, dass ich das jetzt so verifde. Ich sage es, was auch hier einfach wiederhelden. Ich sage jetzt... Ich sage es nicht viel Glück. Es sage jetzt. Ich sage es mich nicht so, dass die Anfaluerkte wie dort war. Ah, ich glaube nicht, dass es Naruto überhaupt noch jemanden gibt, der so durchgeknallt ist, bis auf vielleicht, ähm, ähm, der eine von Akatsuki, der die ganze Zeit damit angegeben hat, dass seine Bomben, äh, Kunst sind. Mir fällt gerade den Namen nicht mehr ein. Los ins Blitzreich. Ja, die ganze Zeit. Anstrengende Fahrt. Okay. Da, der gelbe meine ich. Der mit den gelben Haaren. Welten übertroffen. Der mit den gelben Haaren. Das ist der Grund, wieso ich am Anfang mit Madara gezögert habe. Der mit den ersten paar Episoden. Der mit den gelben Haaren. Der mit den gelben Haaren. Der mit den gelben Haaren. Ja. Der mit den gelben Haaren. 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 Oh ja. Oh ja. Was Naruto jetzt lernen wird, übersteigt alle Vorstellungskraft. Zumindest dich hätte ich beim Anime nicht gedacht. Zu dem Zeitpunkt. Ah, wir fangen gleich auf der Insel an. Das ist cool. Die ganze Bootsfahrt war im Prinzip nur Filler. in der ersten paar Episoden. Und Kai geht's gar nicht gut. Da, das ist okay Kai-san? Ich dachte, dass ich so schlecht war. Ich denke, dass ich mal nicht gedacht habe. H-h-h-h-h. Oh, O-oh no-ri... ...この... ...Hangare-J-h-h-h! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ich glaub ihm geht's nicht wirklich gut. Ah, ah, ha, ha, ha! Ist das okay. Wie bitte, bitte. Ich denke, Gai-san Jo, wir gehen schon mal weiter. Naruto, wir sind jetzt auf der Insel frei rumlaufen, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Würfe habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Stimmt. Guter Tipp, guter Tipp. Jo. Sehr schön, wir sind auf der Schildkröteninsel. Du musst von deiner langen Seereise erschöpft sein, aber jetzt wird es besser. So, dann stützen wir uns mal in die Mission. Okay, wir können speichern. Hier. Das werde ich auch gleich tun. Und damit diese Episode beenden. Abonnieren, kommentieren, favorisieren. Bis zur nächsten Episode. Ciao, Leute.